Moin Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Das FIFA & Action Strategie Duo ist wieder da. Heute wieder mit mir, dem Friedrich, auf meinem Ultimate Team Account. Und wir spielen uns heute mal wieder einen neuen Spieler. Das soll es ja jetzt öfters geben. Kennt ihr jetzt von HONNADA und HUNTELA aktuell. Passend jetzt gerade, ihr habt da gesehen, das neue Team of the Week 28 ist. Raus. Ist allerdings wieder ein richtig schlechtes Team of the Week. Kann man überhaupt nicht mitleben, da war das letzte deutlich besser. Ja, wir haben nicht ganz so viel Neues bekommen, aber wir haben einen neuen Silberstar bekommen und das ist Wallace, der ehemalige HSV-Spieler, der sogar mal in der brasilianischen Nationalmannschaft gespielt hat. Und ja, was daran neu ist, also der ist nur sechs Tage und sieben Stunden verbleiben, den will ich mir heute erspielen. Das sollte nicht allzu lange dauern. Und nur was daran Neues, wir müssen nicht in die Silberlounge, wie das sonst bei den Silberstars der Fall ist, sondern, hier sieht man es auch, da oben tritt im Live-Fuh-Freunderspiel der Spielplatz an und holen die untauschbare Boni. Ja, und hier seht ihr schon, wir müssen im Spielplatz eigentlich das Gleiche machen, nämlich drei Spiele gewinnen, acht Tore schießen und sechs Vorlagen machen. Und, äh, hier sind wir da auch in der Silberlounge. War die Spielerqualität genau Silber, das ist in der Spielplatz praktisch gleich, wir dürfen maximal Silber haben. Das heißt, in der Silberlounge nur Silberspieler, im Spielplatz Silberspieler und Bronzespieler. Allerdings denke ich mal, dass keiner so blöd ist und Bronzespieler nimmt. Das heißt, wir werden hier auch mit einem kompletten Silberteam an den Start gehen. Das werde ich euch, äh, gleich auch zeigen, was das dann halt für ein Team ist. Ähm, ja, hier bekommen wir dann auch noch so ein bisschen EP für. Das ist dann noch mal die genauere Cut von Wallace und die sieht schon ziemlich gut aus. Also, auf der linken Seite die Temposchuss- und Passwerte sind jetzt nicht im überragenden Bereich, aber auch alle über 70, sogar über 71, aber die Werte auf der rechten Seite. Dribbling, Defense und Physis, die sind alle top. Und, äh, ja, Defense und Physis ist gut. Er ist ZDM, das heißt, ähm, der perfekte Mann vor der Abwehrkette. Und dribbeln kann er auch noch. Das heißt, er hat auch noch den Zug nach vorne, wobei das Tempo, wobei das Tempo ja auch noch der beste Wert auf der linken Seite ist. Ist also schon ziemlich gut. Ja, wir haben parallel ja auch noch die Mega-Party, da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die wirklich ernst nehme. Aber ich denke mal, dass wir da ein paar Sachen sowieso separat machen können. Aber ich weiß nicht, ob ich die wirklich machen will. Ihr seht den Chudure, den habe ich nicht gemacht. Ja, und ich habe auch, ähm, jetzt ordentlich Packs geöffnet, zwei meiner Wundertüten. Wenn dann das 83 plus mal 25 Pack und andere Packs, kann sein, dass ich euch das hier dann noch einmal reinschneide. Ansonsten geht es jetzt aber in die Freundschaftsspiele auch rein. Wir spielen, wie gesagt, im Live- und Freundschaftsspiel der Spielplatz. Und ich habe mir natürlich auch schon ein Team dafür aufgebaut. Ihr seht schon, das hat man 79 Chemie, ist dafür jetzt also nicht, jetzt nicht das beste Team, sagen wir es mal so, um es vorsichtig auszudrücken. Ähm, ja, das Team sieht so aus. Wir haben einen Fabrizio im Tor, rechter Teiljungen Phil Bartzley, rechter IV Adariboyo, LIV Bottegin, linkster Teiljäger der Samba-Star, Paolo Ottavio. Mit den Samba-Stars konnte ich hier ja ganz gut gehen. RM, Jahan Baksch Moments, den habe ich mir auch erspielt. RZM Junior Urso, ein paar habe ich mir da gerade noch für gekauft. Er hier zum Beispiel. LZM Timothy Wehr, auch erspielt, nur kriegt leider nicht seinen Plus und wird es auch, ich glaube, es ist abgelaufen, er kann jetzt leider nicht mehr hochgehen. Und links Mittelfeld, den nächsten Samba-Star, Dalbert, der spielt auch in der französischen Liga, deswegen linkt er sich noch mit Wehr. Rechter Stürmer Torre Grosser, selber Team of the Week, den habe ich mir auch erspielt. Und linker Stürmer, dementsprechend der letzte Samba-Star, Marcos André. Auf der Bank haben wir noch einen Wamann Gituca und auch den Moments McGee, den ich mir auch erspielt habe. Ja, und Connelly ist, dem habe ich mir auch Nevesh erspielt und der ist einfach so ein Legende, ich dachte mir, den nehmen wir mal mit auf der Bank. Und notfalls habe ich hier auch diesen Martinus, der hat 84 Tempo, kann aber also auch nicht sehr schlecht sein. Ja, äh, wir gehen jetzt eigentlich ganz normal rein in dieses Spiel hier und versuchen uns den Wallace dann zu erspielen. Ich denke mal, dass auch recht viele hier jetzt unterwegs sind. Einmal wegen dem 55k Pack und auch wegen Wallace, den werden sicher viele erspielen wollen, bin ich mir jedenfalls ziemlich sicher. So, und jetzt haben wir hier unseren ersten Gegner vor uns, der sieht auch nicht allzu stark aus. Da sind auch richtig viele Out-of-Positioning, keine Spezialkarte. Ich denke mal, der hat 20 Chemie, also den werden wir total easy schlagen, bin ich mir jedenfalls sehr sicher. Es ist jetzt irgendwie so ein Profi-Gamer, aber sollten wir eigentlich locker hinbekommen, wenn man sich sein Team so ansieht. Ja, und da ist es 1 zu 0, Timothy Ware hat es gemacht. Schön, Tore Grosser. Spielt da nochmal rüber, jetzt aber, jetzt steht 2 zu 0, geht doch. Sehr schön gemacht, das war Marcos André, jawohl. So soll das Ganze doch sein. Rage Quit, alles klar. Ja, der erste Sieg ist eingefangen. Es passiert ganz oft, wenn man 2 zu 0 führt, hier in diesem Freundschaftsspiel-Modus. Es geht. Also kann ich euch auch so sagen, 1 von 3 Siegen, 2 von 8 Toren und ja, das waren meine ich auch zwei Vorlagen. Bin ich mir jedenfalls ziemlich sicher. Alles klar, ich will da gar nicht lange drum rumreden, wir gehen einfach direkt ins nächste Spiel hinein. So, und jetzt sehen wir gleich die gegnerische Mannschaft und die ist wie so nicht gut. Keine einzige Spezialkarte, da steht jetzt immer keiner so richtig out of positioning. Könnte man ein Modifikat auf 2 auch noch was machen, aber gut. Sollte auf jeden Fall auch locker zu schlagen sein. Oh Gott, warum hat der so viel Platz auf einmal? Hä? Warum hatte der auf einmal so viel Platz da hinten? Ja gut, ist aber auch so weit egal. Marcos André ist da und bringt das Ganze sofort wieder in Ordnung. 1 zu 1. Schön gespielt. Torgrossa, Schuss. 2 zu 1. Jawohl. Doppelpass mit Torgrossa. Timothy Ware. 3 zu 1 für uns. Timothy Ware. Bleibt da dran und kriegt den Finesse-Schuss. Jawohl. 4 zu 1. Marcos André. Jawohl. 6 zu 1. Dalbert. Der steht ja längst nicht auf der Linie, der Typ da hinten. Kann Dalbert also ruhig mal schießen. Der steht ja längst nicht auf der Linie. Er läuft auch weg und Dalbert trifft. Freistoßtor. 7 zu 1. Ja, geht dann ein vorbei. Okay, 10 zu 1. 11 zu 1. Okay, 11 zu 1. Der Endstandort. Klingt komisch. Also, das habe ich auch noch nie gehabt, dass da noch keiner gequittet hat. Aber gut. Tore und Vorlagen sind jetzt abgeschlossen. So, und jetzt sehen wir unseren Gegner für dieses letzte Spiel. Oh. Und der ist auch deutlich stärker. Er hat den Dan, den guten Wammann und Kittel und Adeyemi. Und auch so ein spielbarer Spieler. Der ist auch nicht gut, unser Gegner. Timothy Ware jetzt aber. 1 zu 0. Timothy Ware geht an allen vorbei. Muss nur noch rüber passen. Und da steht da Tore Grosser. Und der macht das 2 zu 0. 3 zu 0. 4 zu 0. Der ist da jetzt auch durch. Timothy Ware. Finischuss. So, 5 zu 0. Geht da wieder vorbei. Abschluss. 6 zu 0. Geht da nochmal lang. Dallbert ist im Abseits. Ich weiß es nicht. Oh. Oh. Dallbert. Das will ich mir nochmal anschauen. Der hat den ja voll reingezimmert. Also, so wirklich übertrieben. Der war schön. Gutes Tor. Timothy Ware. Hä? Was macht denn der? Er macht das Tor. Aber schönes Ding. 8 zu 0. Wieder viel Nestschuss. Der Typ ist auch so eine Maschine. Der macht das. 9 zu 0. Ernesto Tore Grosser. Rums. 10 zu 0. 68. Minute. Also, spannend ist es wirklich nicht. Ja, hat Baksch. Und der sitzt wieder. 11 zu 0. Tore Grosser nochmal. Bums. 12 zu 1. Es ist wie im zweiten Spiel. Ein saumäßig hoher Sieg. Wir haben 12 zu 1 gewonnen. Nebenbei haben wir auch noch die Tagsaufgaben geschafft. Und bei den... Bei der Megaparty hatte ich tatsächlich alle. Dann muss... Dann werde ich die wohl doch noch fertig machen. So wie es jetzt aussieht. Haben wir doch noch ordentlich was nebenbei geschafft da. Dann... Das sollte dann wohl doch klappen. Ich habe jetzt natürlich... Ich muss da noch 8 Partien spielen. Also jetzt noch 5 Spiele spielen. Aber... Das sollte nebenbei vielleicht ja irgendwie nochmal so klappen. Und wir haben jetzt natürlich Wallace. ihn hier. Wegen dem wir das ja auch gemacht haben praktisch. Und den holen wir uns jetzt ab. Er läuft ins Stadion ein. Wir kriegen nochmal eine sehr, sehr schöne Animation. Wallace ist da. Eine Food Birthday Karte hat er bekommen. Und die sieht schon ziemlich gut aus. So. Wir können die uns jetzt auch noch einmal ganz kurz... So ein bisschen genauer angucken. Ich will jetzt aber auch nicht übertrieben lange... Darauf eingehen. So. So. 5 Stern Spezialbewegung hat er. Leider noch 3 Sterne schwacher Fuß. Mittel, hoch, Arbeitsrat ist auch vollkommen okay. 1 Meter, 1 Meter 88. Geht auch. Ich werde den zum ZM übrigens noch umformen. Äh ja. Dribbling. Die Werte, die sind alle... Sehr gut. Die Reaktion könnte noch ein bisschen besser sein, aber... Es macht nichts ab. Fangen hat er sogar 90 Inner Defense, was sehr hoch macht. Äh ja. Und Stärke 87. Ausdauer 84 ist auch gut. Das ist schon eine sehr, sehr coole Karte. Der auch wunderbar in das Team reinpasst. Der wird dann da halt reinkommen. Für den Typen. So, Moment. Dann wollen wir ihn da auch mal reintun. Den tausche ich gleich mit Where. Da hat er dann halt noch einen Link. So, Rollis. Das sollte jedenfalls hochgehen. Ja genau, plus 3. Ja genau, plus 3. So. Äh ja, den Modifikator habe ich gerade nicht perfekt. Den, äh, kriegen wir dann noch. Ja gut, ich denke dann schon, dass ich noch, ähm, die beiden, diese 5 Spiele da irgendwie noch spiele. Äh, und dann habe ich das halt da auch geschafft. Ja, äh, für dieses Video war es das dann aber auch. Wir haben uns ja den Wallace soweit erspielt. Das war ja auch Sache, das war das Ziel. Das haben wir geschafft. Äh, ja, wenn euch das gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Das war jetzt natürlich wirklich kürzer. Das hat ja jetzt nicht ganz so lange gedauert. Äh, ja. Und es würde uns auch sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren würdet. Ja, wenn ihr das tut, würdet ihr uns damit auf jeden Fall helfen. Wir würden uns also schon mal danke im Voraus. Und, äh, ja, euch wünsche ich dann noch einen schönen Tag und noch schöne Ferien. Und damit ciao, bis zum nächsten Mal.